In den ganz normalen Fachgeschäften hast du das nicht. Da versucht jeder sein eigenes Ding zu machen. Und wenn wir hier was vorführen wie Markthändler, dann bleiben die Leute eigentlich stehen. Wir machen ca. 180 Mark-Tage im Jahr. Das ist was anderes, als im Büro zu sitzen. Du musst hier mitleben, du musst den Job lieben, du musst dafür da sein. Ich möchte für keinen Cent der Welt mit irgendjemand anders tauschen. Viele sagen zu mir, du musst moderner werden, du musst online machen und so weiter. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte so die Tradition weiterführen. Und das Wichtigste ist bei uns wirklich, dass man am Schluss den Leuten auch mal Danke sagen kann und auch gucken kann. Fünf. Dankeschön.